Hallo und einen sonnigen Gruß! Heute möchte ich mit Ihnen ein Dessert aus Himbeereis und Blaubeeren herstellen. Dazu wechsle ich erstmal die Szene, damit Sie meinen Heerbecher besser sehen können. Da wird mein Himbeereis schon ein paar Minuten draußen stehen, so dass ich es sehr leicht portionieren kann. Das ist nämlich sehr wichtig, sonst ist das Eis zu hart und dann kann ich es nicht vernünftig rausholen. Das wäre ärgerlich. Ich habe jetzt hier drei gute Teelöffel genommen. Nun kommen meine Blaubeeren dazu. So, das ganze hebe ich ein bisschen unter, so dass ich die Blaubeeren auch gut verteilen können. Was natürlich in diesem kleinen Gläschen, in dieser kleinen Schale gar nicht so einfach ist, aber es sieht jetzt schon sehr sehr lecker aus. Zum Schluss bekommt mein Dessert ein Sahnehäubchen. Man kann das natürlich auch weglassen, das ist gar kein Problem. Und weil ich es mag, mache ich jetzt noch ein paar Schokosträusse drauf. Auf die könnte man natürlich auch einfach verzichten, wenn man wollte. Und damit wünsche ich Ihnen guten Appetit! So, Vielen Dank.